Normalerweise Sounds good to me Wie schnell du halt in diesem Game bist Are you insane? Are you Absolut was willst du von mir? Eine Blaupause bekommst du als Turnierbesiegung Okay Weil gestern ich Blaupausen haben will, will ich die Turnierdinger machen? Ich meine wir können hier mal reingucken Wir haben es gestern anlockt Oh Noamiddag So let's do this Du bist nur für das Meta-Lein-Turnier angemeldet Und das wird sicher spannend Ich bin schon ganz aufgeregt Ein ganz normales System ist da drüben Okay Zeit rauszufinden wie das funktioniert Oh boy Ich seh da einen Hammer Hallo Hammer Let's do this Vielleicht war Hammer nicht die beste Idee Okay Okay Autsch Wie nett von dir Ich sollte einfach ausweichen Anstatt da drin stehen zu bleiben Ich denke mal ich habe einen Dodge Button Aber sowas wie einen Dodge Button gibt es in diesem Spiel nicht Das hat viel zu lange gedauert Viel zu lang Schwert Schwert Witzig Okay Okay Schwert macht so viel Schaden Ich will Hammer nicht einsammeln Muss ich jetzt echt darüber um Oh okay Nee Wir halten Schwert Ich mag Schwert Oh Gott Steht literisch an der Wand Was der nächste Boss ist Und ich habe es einfach noch nicht gecheckt Das kommt bestimmt ein lustiger Wirbel im Hof Der Kampf wird immer intensiver Ja Kann ich bestätigen Ich habe gar nicht gesehen Dass er auch so ein kleiner Kommentar da war Okay Hier dann Gut Der Schaden Okay What's next Oh Gott Die Tante Ja aber Eis ist kacke gegen die Ich glaube ich bleibe bei Beim Schwert Ich glaube ich hatte gestern oft genug gefeitert Um Halbwegs Ein Feeling für die zu haben Dachte ich Und kriege dann quasi aus dem Maul Eins Zwei Das war eine blöde Kuh Die Phase muss auch sein Oder Nein Nein Gredi Okay Das hat ziemlich gut funktioniert Toll Zwei Boss Und ich habe keine Ahnung was das ist I don't believe in this Okay Ich hoffe das sind normale so zwischen Bosse Und ich packe das Schild aus Und ich habe keine Ahnung was das ist Okay das war easy Und ich habe keine Ahnung was das für ein Boss ist Ich glaube das ist ein Internat Duck There is no duck Schnapp zu Okay Oh boy Okay Okay Let's go Ouch Stop it What the fuck is he doing Nice cheese idiot I dodge this I dodge this Oh oh What are you doing Okay I'm safe Komm runter Der Fall ist cool Wenn immer mehr auf dem Boden blöden Bleiben würde Come on down Junge Oh god Mashing am Morgen Beziehungsweise Mittag Ich war nicht prepared zu maschen Überhaupt nicht Ups Wahnsinn Der war irgendwie einer Sieg Ich habe ihm quasi die Klamotten vom Leib geprügelt Yes Ich dachte ich kriege auch eine Blueprint Ah Das ist mein Stuff Wann gibt es Kaffee? Ich hatte schon zwei Ich hatte viele Visier Ich hatte überlegt noch eins zu nehmen Aber zwei reicht es erstmal Okay Wait a second Ich kriege Ich habe jetzt zwei Schwert Upgrade Erstes Mal ist da oben irgendwas auf dem Haus drauf Das habe ich gerade gesehen Spiele Was ist denn hier? Oh Okay Crazy Hier ist noch mehr Victory Okay Okay Ich komme auf diesen Aussichtsdomspiel Oh ich hätte auch einfach die Leiter nehmen können Okay Cool Okay Jetzt bin ich mal gespannt Wie funktioniert das? Metanall Schwert Brause Yes Aber das geht hier über das Schwert Ding Das heißt ich habe jetzt mehrere Upgrades für das Schwert Excuse me Interessant Sure mach mal Was ist noch mehr als ein Upgrade für Pro Ding Okay Oh ich schieße jetzt Dings Zeugs durch die Gegend Hm Ich meine das scheint ganz cool Aber erstes Mal ist das Tracking irgendwie nicht so geil Boah ich glaube es ist hier dort Boss Dependent Und das Ding ist eigentlich mag ich das hier Alleine schon weil wenn du halt wirklich mal Luft hast ja um äh Dein Angriff volle Karaffe aufzuladen That's some damage Hm Ich mag das hier aber ich glaube das ist overall der bessere Pick Was hast du mir dazu Verfügst du über volle KP Und schwingst dabei das Schwert Greifst du Ah das ist nur mit vollem KP Hast du 2 KP leisten Kannst du Mondschüsse ausführen Bis zu 2 KP leisten Mit L und R führst du einen Schwertrutscher aus Und drückst du Moment was Und drückst du gleich Darauf B Und wieder Moment L R Plus B Oh Ist es vielleicht Ich habe Dodge Rolls mit dem Ding Interessant Okay Ist es vielleicht Oh ich verstehe Okay die Idee ist quasi Das ist ungefähr so viel Schaden wie das aufgeladene Schwertrink Und das braucht keine Aufladung Das ist einfach nur eine Tastencombo Ich probiere es einfach mal aus Okay Welt 4 Welt 4 Okay Oh das ist nicht in Welt 4 Das ist 2 Warum bin ich in Welt 2 Hier bin ich fertig Da bin ich fertig Hier bin ich hin Okay Und du wie herf hier Nichts Okay cool Ich sehe schon Feuer Ist vielleicht genau das Was ich hier haben will Okay wir haben hier Adventurer Guy Und das wäre wahrscheinlich Eis Einfach nur zum Doppelchecken Ja das ist normal Eis Und das Du kriegst hier alles Boomerang Du kannst hier basically aussuchen Was du spielst Ich höre Okay Warum werden die so riesig Boah Ich sehe das da hinten Hm Okay Da ist irgendwas zum kaputt machen Die Frage ist womit Das kriegst du irgendwie kaputt Die Frage Oh hi No 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 Das ist unfair No 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 Super durchlaufen Nope No 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 no, набes Ich habe bisher keinen Waddle-Dee gefunden, erstaunlicherweise. Ich muss meine Dosen wieder einsetzen, sonst geht mir die Munition aus. Das wäre eher schlecht. Da ist mein Waddle-Dee. Okay, ist hier sonst vielleicht noch irgendwas? Da sehe ich jetzt nichts. Ich glaube, das war's. Wie will die sich das alle hier hinter Deckung verstecken? What is... Oh Gott, ich bin zu niedrig. No, stop it. Okay, Swing-Dingsies. Hm. Mein erster Gedanke war, dass das da vielleicht ein Loch ist, aber ich glaube, das ist einfach nur eine Wand. Es scheint eine Wand zu sein. Wirklich. Ich habe einfach Schotze... Wow. Wie zum Geier fliegen denn diese Bälle bitte her? Ist hier irgendwas so durch den Kamin? No. Das sehe ich. Da unten scheint nichts. Maybe hier hinten? Das auch nicht. Hm. Achso, meine Hilfe ist nicht voll. Stimmt. Ich kriege den Laser ja nur, wenn mein Leben voll ist. Oh shit. Dafür brauche ich den Typen. Hello. I would really like to have your power up. Thanks. Aber das ist nicht so tragisch. Das kann ich auch bei unten machen. Musik in diesem Spiel ist auch super comfy. Okay, was haben wir hier dran? Ich glaube, ich habe es erwischt. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich glaube, es ist hier so ein Zeichen drauf. Ich möchte das abmachen. Ich möchte das einfach nur ein Zeichen drauf. Punkt. Okay. Warum geht es hier runter? Viel Schnee ist zu bekommen. Ich meine, wir haben eine. Okay. Ich weiß nicht, wie der mich getroffen hat. Ich habe es nicht gesehen. Also, jetzt können wir mal aufhören, Kram zu werfen. Stop it. Hallo, Waddle-D. Wir haben das. Das ist auch zu. Okay. 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 Wir ignorieren gerade, dass ich es gerade irgendwie geschafft habe, vollkommen daneben zu jumpen. Ich weiß zwar nicht wie, aber... Genau, das ist gerade passiert. So. Also, wo ist das? Da steht schon mal mein Lieblings-Power ab, nämlich die Treppe. Die Treppe ist doch bestimmt noch für irgendwas anderes gut. Scheint nicht so. Hm. Da oben ist noch einer. Okay. Ich kann die... Hm. Ich kann die Schneebilder kaputt machen, okay. Ich meine, ich sehe das, ja. Ich weiß. Hier drin könnte ich parken. Okay. Ist hier noch irgendwo eine... Hier muss irgendwo noch eine Leiter sein. Okay, wait a second. Oh, ist es das, was ich denke? Und du brauchst die Leiter hier oben nicht? Ich glaube, du brauchst die Leiter hier nicht. Ich glaube, die Leiter ist damit, dass du hier runterfüllst. Ja, das platt machen, weil du es kannst. Ach, diese dämlichen Schneewellen mal. So, dann machst du das hier kaputt. Äh. Do de. Nice, das waren alle. Hm, 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 hm. Ja, und da komme ich wieder hoch, wenn ich hier hoch springe. Ist zwar nervig, aber super machbar. Hm. Ich habe das Gefühl, da oben ist schon das Ende des Levels. Das hier sieht alles sehr spaßig aus. Nehmen wir mal eine Deckung weg. Braucht eh keiner, ne? So, Schalter 1. Zwei. Zwei. Ich habe das Gefühl, ich habe 10.000 Schneefiguren verpasst. Was ist das hier hinten? Gar nichts. Warum kannst du den hier runterfallen? Oh, kannst du da rüber? Oh, wait a second. Darum ist da das Loch. Aber was willst du hier? Erreiche... Oh, okay. Cool. Okay. Hm. Ich habe definitiv Schnee-Skulpturen nochmal sehen. Zwei gefunden. Ja, mir fehlt eine Seitengasse und mir fehlen zwei Skulpturen. Okay. Gott, so viel Gacha tun. Stopp. Bis zum nächsten Mal.